Hallo Leute, servus, hier ist Esra, Enes und wir sind S-Rap. Genau, wir sind S-Rap, Geschwister, Rap-Duo aus OTK bzw. OTK-Rin. Wir machen seit Jahren schon Musik und sind auch bei dem Projekt Robbers of Change dabei und sind deswegen sehr, sehr happy. Ich muss sagen, ich habe aus diesem Projekt auch was gelernt, denn ich wusste nicht, es gibt 17 Ziele von nachhaltiger Entwicklung. Und es sind wirklich sehr, sehr wichtige Punkte. Aber was für mich das Wichtigste ist, ist Bildung. Weil ich finde Bildung nicht nur ein Teil, dass wir unsere Wünsche oder unsere Ziele erreichen können, aber es ist auch wichtig für mich zum Beispiel als Frau, dass ich wusste, was in der Vergangenheit passiert ist, damit ich heute einen Standpunkt haben kann. Und das sind Themen nicht nur im Feminismusbereich, Rassismusbereich, Diskriminierungsbereich, Mobbingbereich. Deswegen ist Bildung für mich sehr wichtig. Ich unterstütze es und wir unterstützen es. Definitiv. Und sind dabei. Yeah.